Was wir im letzten Jahr erreicht haben, ist für uns ein großer Fortschritt in der zahnmedizinischen Ausbildung. Wir konnten durch die Anschaffung des 3D-Druckers in Kombination mit dem intraoralen Scanner die Herstellung unserer Patienten individualisierten Modellen zum einen erleichtern, zum anderen maßgeblich den Bereich der Praxisnähe und der digitalen Kompetenzen erweitern. Wir müssen den Patienten jetzt nicht mehr abformen, sondern scannen die Kiefer und können dann gemeinsam mit dem Assistenten am Computer die Modelle konstruieren. Das Lehrkonzept hat mir die Angst genommen, an einem echten Patienten einen Zahn zu präparieren, da ich es schon mal an einem individualisierten Patientenmodell geübt habe.